hallo zusammen ich möchte euch gerne anladen zu meinem songbegleitungsworkshop thema des ganzen akustikplayers sind die 70s akustikplayer 3 22 und ich habe mir funk und soul unplugged herausgesucht und ein kleines pattern habe ich schon vorgespielt es gibt noch viele viele andere die riesig spaß machen wir beschäftigen uns richtig mit rhythmus und sound und tollen songs und ich freue mich auf euren besuch bis dahin